Musik Bei den Burpees ist es ganz wichtig, dass ihr diese Bewegung richtig ausführt. Ihr startet im Stehen, die Hände gehen zu Boden, ich springe mit den Füßen nach hinten in die Liegestützposition und ich bilde mit meinem Körper eine gerade Linie. Nun springe meine Füße wieder heran, ich gehe in den Strecksprung und lande. Das ist eine Bewegung des Burpees.